Okay, gut, wenn jemand in den Heli kommt, dann nehmen wir den Heli. Hier haben wir auch wieder schwere Raketen. Fack, 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 fack. Wow, aber sie hat noch einen Schuss loslassen können. So. Was haben wir denn hier noch schönes zu zerstören? Gut, dass wir die starken Raketen auch haben. Das war der Treibstofftanz. Satellite. Noch mehr Satelliten. Okay, wir sollen die Brückensteuerung hier aktivieren. Das können wir gleich machen. Fack, 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 fack. Ich hab's ja geahnt. Okay. War da wieder kurz das Wasser weg? Mach keinen Scheiß. Rico, mach keinen Scheiß. Ich brauch das Wasser. Ich brauche Wasser. Nein, Wasser ist noch da. Sehr schön. Auau, 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 aua. Was war das denn? Was war das denn in dem gerade gewesen jetzt? wir haben ja anscheinend war wieder ein bisschen anti herumstehen und zwar zu viel davon also geht doch richtig für die aus aufzerstörte du bist zu weit weg wer schießt denn ernsthaft hinter mir steht und auf mich schießen hat hier denn deine mama gar nichts beigebracht so was macht man nicht mit ehrlichen menschen was macht man nur mit bösen menschen wir sind aber ehrlich acht drauf schießen auf die brückensteuerung reicht auch ja das ist ja geil das ist ja richtig geil darauf schießen löst das auch aus so die rebellen unterstützung kommt das lenkt die leute hier ein bisschen ab mit dem flachs kannst du die basen okay jetzt wird es gleich wieder spaß machen auch signale ja denn der basiskommandant kommt und so basiskommandant ist immer heftig habe ich festgestellt oder ich weiß es noch nicht ob der jetzt auch heftig ist bei also bisher habe ich es ja festgestellt dass die basenkommandanten immer ganz gerne mit ihren schraubern kommt und machen echt übel sauer so das waren die treibstofftanks ist denn der basiskommandant jeder läuft einfach so rum der fährt oder erfährt 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 er weiß man nicht wohin er weiß man nicht wohin jetzt fährt er nämlich nicht mehr polizei sucht neue leute warum ist das jetzt für uns so relevant man weiß es einfach also ich weiß es jetzt noch mal ich suche gerade nach den letzten objekten die mir noch fehlen denn wir brauchen noch eine satellitenschüssel und ein bisschen generatoren generatoren sehe ich gerade wo die sich versteckt gehalten haben transformatoren sorry da waren sogar sind haben wir direkt beide erwischt sehr schön brauchen wir noch mehr hier hinten waren wir noch nicht so wirklich gewesen wenn auch dann richtig auch hier gibt es noch mal waffen sehr schön die nehmen wir uns doch gerne mit ich habe mich noch mal munition so direkt unter uns da direkt unter uns stimmt 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 direkt unter uns da und da ok dann fliegen wir mal schnell hin äh ne weiter dahin ach mit den gleiter ist das einfach so awesome einfach nur so awesome so hier da unten drinnen ich hab ihn gesehen helikopter unterstützung nähert sich eurer position alarmstufe 5 so dann müssen wir uns mal ein bisschen beeilen da vorne ist die letzte da vorne ist die letzte kannst du den besser ziehen und damit gehört diese basis uns easy wir brauchen nicht mehr viel dann haben wir die gesamte insel stria fach äh fachokero fachokero le graziatur maschinengewehr wahnsinn und 2 von 4 ansiedlung noch 2 ansiedlung dann haben wir endlich alle befreit und dann können wir uns auch endlich mal darum kümmern dass wir neue missionen auch mal angehen ach sind ja das sind jetzt aber kleine städte nur noch die wir da befreien müssen also das geht im normalfall relativ zügig wenn man sich jetzt nicht dumm anstellt wovon ich aber mal ausgehe dass wir das einfach nicht tun das klingt doch nach dem plan nicht dumm anstellen dann wird alle chick werden wiii wiii ach ich liebe den hart die gegrüßt patrioten ich wollte euch nur mitteilen dass die basis von porto le gratia zerstört wurde so viel zerstörung aber alles für das gemeinwohl stimmt's für die wahrung des status quo einer stabilen und starken Explosion ne das war gar keine Explosionsdinger ihr habt gedacht die kann ich zu explodieren bringen aber nö dem war leider nicht so ja wenn das Ding jetzt gleich explodiert sollten wir vielleicht nicht in der Nähe sein so ein bisschen Chaos noch ein bisschen mehr Chaos und da kann man noch mehr Chaos machen es gibt alles so schön im Chaos punkt mit 65.000 haben ach so ist schon offen schön wann habe ich das denn gemacht habe ich wieder auszusehen drauf geschossen hallo das ist auch schon offen lol oh keine granaten mehr wir haben keine granaten mehr dann holen wir uns erstmal äh neue Waffen ich habe nicht gesehen dass es hier neue Waffen gibt ja da sind die neuen Waffen aaaaaa tauschen sehr schön und dann äh befreien wir hier mal die Leute hacken 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 wo ist das hacken geh mal beiseite vorsicht Mauer genau du sagst das nein nicht treffen ich habe doch gesagt du sagst dass du mich nicht treffen du triffst mich besser auch nicht so genau weil du mich getroffen hast knutscht du jetzt wieder die Mauer da hinten ist noch was zu besiegen noch ein hier muss irgendwo ein Nest sein hier muss irgendwo ein Nest sein ja es stimmt dass die Chaos Punkte leider nicht mehr das sind was sie mal waren ähm er hat mir hier noch irgendwas zu besiegen angezeigt gehabt ne da hinten 1,5 Kilometer warum ist das so weit weg was ist das vor allem was haben wir denn hier noch besiegen wir haben doch hier eigentlich schon aufgeräumt gehabt hä warum zeigt der mir hier hinten noch was zum besiegen an klauen die sich jetzt die Firma hier wieder zurück oder was wird das jetzt fertig ist der zeigt mir hier noch den alten Kommandant hat der ist doch schon lange tot hier der hat sogar eine eigene Rose gekriegt da da der ist auf jeden Fall tot also das Spiel hat man wieder nicht mitgekriegt dass da ein Stahlträger war nein das habe ich nicht mitgekriegt äh ja der ist schon lange tot das Spiel denkt der lebt noch warum auch immer keine Ahnung keine Ahnung aber Lavander wollen wir jetzt noch fertig ne nicht Lavander sondern wie hieß die Stadt na komm hier heißt du Stadt da vorne ist auf jeden Fall ein Plakat was wir mal ganz schnell beseitigen so Propaganda Plakat ist weg na kommen wir soweit ne ach jetzt haben wir keine Granaten mehr dann so nein die Tankstände zu zerstören ist lustig die Tankstände zu zerstören ist jedes Mal wieder lustig so wir müssen noch ein Propaganda Van zerstören den wir gar nicht zerstören müssen als solches ups das war knapp äh wir können unsere Waffen wieder nach das ist ja geil sobald wie man eine Ansiedlung verlässt und wieder rein fliegt kann man wieder neu zerstören da ist er den müssen wir ja gar nicht zerstören wir können auch einfach einsteigen au einsteigen ich bin die Stimme des Volkes hörst du jetzt die Stimme des Volkes? Anfrage halten Verstärkung ist unterwegs Dich werde ich überfahren Dich werde ich nicht überfahren und wurde schon überfahren Durchhalten Boden Team jetzt nochmal drüber Leute hier ist Party angesagt warum haben sie den Mile High Club abstürzen lassen das ist so schwachsinnig weil das ist doch einfach nur die geilste Mucke gewesen aus dem Spiel eine geilere Mucke gab es doch gar nicht ja leider muss ich ihn aber trotz alledem zerstören das war die beste Idee des Tages ja fand ich nicht das fand ich jetzt nicht unbedingt als die beste Idee des Tages alle eine eigene Armbereitschaft Sichtkontakt wieder herstellen so ein Plakat noch Booyah genau Booyah Booyah wo ist denn jetzt das letzte Plakat? sieht jemand von euch das letzte Plakat? ich nehme ihn im Grunde nicht bin mal wieder blind was ist denn das scheiß Plakat? Uh hier vorne haben wir eins erledigt das weiß ich muss doch dann noch ein zweites sein wo ist dieses verfluchte ja genau auf der anderen Seite der Stadt ja ist eigentlich logisch bei beiden Eigenfahrten oder Eingängen äh ja ah jetzt ich muss das sogar sagen ich finde das ganz lustig mit den Propaganda Plakaten weil äh die halt eben nicht instant kaputt gehen sondern einen bestimmten Teilbereich dieser Plakate zerstören aus in der Flucht Sichtkontakt sofort wieder herstellen sooo dann hissen wir mal auch hier die Flagge dann haben wir nur noch eine Stadt vor uns und ich habe immer noch den Formel 1 Wagen finden und den Sprengsatz unterm Zug machen nur ich glaube den Sprengsatz unterm Zug werden wir nach der nächsten Stadt machen die Garage via Kampagnatur den Lantuina Sprint und 3 von 4 an sich äh sichern dem Volk genau so sieht es aus so den Wagenpuck senzen wir mal dorthin und ne oh warte mal schnell weg fahr weiter Verzögerung drin das ist kacke das ist scheiße das ist so eine Verzögerung drin ist was hast du da für ein Wagen ja gut das Glück hat oh ja damit James Bond-like James Bond-like fahren wir mal rüber also raus mit euch schreibt Bartschern die erstbeste Wand viel Spaß dabei ja es gibt leider noch nicht mal Flughäfen das habe ich im Urlaub mitgekriegt es gibt nur diese Militärflughäfen aber dafür sind wir jetzt ultra stylisch unterwegs wenn wir jetzt noch gute Musik hätten also ein schönes Radio dann wäre das echt klasse wahrscheinlich konnten sie sich die Musik nicht mehr leisten ah guck mal da ist direkt ein Plakat ja genau so wie ich James Bond auch gemacht hätte der wäre nämlich auch einfach ausgestiegen oh perfekt perfekt das sind einige das sind einige die wir hier ausschalten müssen 100 Meter in diese Richtung aber gut wir haben auch ewig und 3 Tage viel Zeit diesmal dafür da sind Waffen diese interessieren mich im Krann nicht mich interessiert eher das zweite deaktivieren wo ist das zweite deaktivieren jetzt ernsthaft oh man ja weil die mich jetzt gesehen haben kann ich jetzt das deaktivieren nicht weitermachen das ist ärgerlich los für den Rebellen er darf nicht entkommen so machen wir die Lautsprecher schon mal weg die Ravello jagen wir eine Rakete in die Hüfte mal was können hier gibt es auch wieder eins zu besiegen äh wie machen wir dich denn diesmal ich würde sagen dich hängen wir doch einfach mal da oben ran und weil es so lustig ist mach mal da nochmal und da nochmal ne das ist kacke aber egal gut das war der Cap eigentlich wollte ich den schönen an allen vier Gliedern aufhängen aber man kriegt halt eben nicht alles hin so dann gucken wir uns erstmal hier um die Polizeistation weil die könnte nerviger sein äh die wird wahrscheinlich nerviger sein ups da haben wir leider neben geschossen na jetzt aber oh das war vielleicht etwas übertrieben für einen ich schieße ihn da von da oben 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 das ist wir ично Vielen Dank.